So und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo heute und zwar wer es nicht mitbekommen hat, es ist jetzt quasi die E3 am Start oder es ist zumindest vom 13. bis zum 16. Juni europäischer Zeit ich glaube amerikanischer vom 12. bis zum 15. halbwegen Zeitverschiebung und heute am Sonntag ist nämlich die Pressekonferenz von Microsoft und dann unter anderem die Scorpio und auch wahrscheinlich auch Forza Motorsport 7 vorgestellt wird und zwar geht das ganze 23 Uhr deutscher Zeit los, geht dann bis ca. 1 Uhr und die Pizze, wo ich den Stream gucken werde, also quasi mit Chris und Peter da geht es schon 21 Uhr los, da werden sie, denke ich, immer noch ein bisschen quatschen vielleicht noch ein paar Videos gucken oder auch was zocken und ab 23 Uhr quasi ihre Reactions mit aufnehmen in der Facecam wird mir ja geil also falls euch das Spiel interessiert, Forza Motorsport 7 ich meine, das würde mich natürlich ein wenig interessieren wer weiß, ich bin so ein ganz kleiner Forza-Fan das wird es auch logischerweise auf dem Kanal dann geben, wenn es rauskommt falls es eine Demo geben wird, werde ich die dieses Mal auf jeden Fall spielen nicht so wie die Horizon 3 Demo, aber diesmal werde ich die Demo spielen und auch Let's Playen, genau wie das Spiel deswegen freue ich mich mega drauf, also jetzt gucken möchte ich heute also vergessen nicht einzuschalten heute Abend wird auf YouTube und auch auf Twitch gestreamt ich glaube sowohl der Stream von Pete Smith als auch halt die offiziellen Streams oder es gibt auch ganz viele Fan-Streams die haben quasi ihre Reaktion mit Filmen einfach mal gucken, heute Abend 23 Uhr, ich werde schon ein bisschen früher da sein oder auch bei der Pizza schon mal reingucken aber ich freue mich drauf, wollte ich noch mal kurz sagen falls einer denn nicht enttäuscht ist und das nicht gesehen hat man kann sich dieses Teams auch am Nachhinein angucken, das ist ja eigentlich kein Problem aber es ist ja quasi direkt live immer noch ein bisschen eine schöne Erfahrung also Leute, haut rein und wir hoffen mal, dass heute sehr, sehr schöne Infos bekannt gegeben werden will ich heute Abend auf jeden Fall mal nachgucken auf der offiziellen Internetseite und auch natürlich, denn es wird auch wahrscheinlich heute noch einen E3 Trailer geben von Forza 7 auf dem Xbox YouTube Kanal oder auch bei Turn10 Studios oder halt auch im Beitrag auf der Internetseite die übrigens forza-motorsport.net heißt wer es nicht mitbekommen hat also ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch ja und denn bis morgen um 17 Uhr bis morgen um 18 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 Uhr